Oh, Leute! Heute werden wir zur Daskibidi-Toilette und müssen so viel wie möglich klicken, damit wir hier richtig schnell werden. Mit dabei ist mein bester Freund und mein kleiner Bruder Odi! Skibidi, Skibidi, Skibidi! Haha! Oh, ich krieg einen besseren Klick! Wirklich? Warte, ich kann auch was abholen. Drei Stück. Äh, genau das gleiche wie du. Sogar 1000 Siege hab ich bekommen. Können wir einmal spinnen? Wir können einmal spinnen, Bricks, hier. Ich hab gespend. Was bekommst du? Äh, ich bekomm nochmal 1000 Siege. Ich hab 750 nur bekommen, du Blödmann. Komm schon, lass uns doch direkt ein Ei kaufen. Hier, das hier. Ich kann mir sogar zwei kaufen. Ich kann mir auch mehr kaufen. Ich kauf mir jetzt. Boom. Und? Oh, ein Pinguin. Ich hab auch einen Pinguin. Oh Mann, nun komm mal ein Pinguin. Ich kauf mir noch eins. Und? Was bekomm ich jetzt? Legendary Panda! Du Blödmann, ich hab nur einen Pinguin bekommen. Boah! Ich kauf mir einfach nochmal. Ich kann gar nicht mehr kaufen. Kannst du auch nicht. Wir müssen ein Rennen machen. Bam, 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 bam. Ähm, oh, Rady. Wir kriegen ein neues Pet Breaks hier. Wo das denn? Boah, das gibt mal vier Zähne. Wirklich? Bei Geschenke. Und das sieht übelst krass aus. Bei Geschenke? Ja, rechts bei Rewards, du Blödmann. Ich hab da kein Geschenk. Wo denn? Hä? Dann hast du die Zeit noch nicht abgewartet. Haha, okay. Ich geh jetzt ein Rennen machen. Tschüss, Breaksie. Ich hab's auch bekommen. Ha, du Blödi. Ich muss klicken, ich muss klicken, ich muss klicken. Oh, 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 oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich mach grad auch ein Rennen. Oh, ich bin so schnell, Udi. Wie vielter bist du? Zweiter, nee, dritter, dritter. Ich bin auch dritter, ich bin auch dritter. Wir sind sogar fast gleich schnell, Breaksie. Oh, mega cool. Aber ich hol, glaube ich, den dritten ein. Ehrlich? Fast, fast, Udi, fast. Mir fehlt nicht mehr viel. Ja, du bist viel schneller als ich. Aber das müssen wir heute toppen, Freunde. Deswegen schaut die Videos bis zum Ende an. Stimmt's, Breaksie? Stimmt. Okay. Und ihr müsst unbedingt liken und abonnieren. Das stimmt. Und vergesst nicht, Freunde, die Glocke zu aktivieren. Stimmt. Ich hab eine Kamouflage-Toilette bekommen. Wirklich? Hm. Ich hab eine seltene Toilette bekommen. Polizei. Ich bin bei der Polizei. Ich bin bei der Polizei. Ich bin bei der Armee. Guck mal. Sie sind vorläufig festgenommen, Udi. Können sie gar nicht. Ich bin bei der Militär, sie blöd, Mann. Oh. Aber wir können doch jetzt ein Pad kaufen, oder? Ich hab nur 3.000. Ich spare für 5.000 Breaksie. Okay. Wie schnell bist du? Wie viele Schuhe hast du? Ähm. 52.000. Zwei? Ich hab 36.000. Wie kannst du denn so viel haben? Ich hab jetzt 37.000. 38.000. Äh. Ich mein 60.000. Tschüss. Ich mach jetzt ein Rennen. Hier stimmt was nicht, Udi. Super Rennen. Guck jetzt. Ich werd erster, Breaksie. Und. Oh. Ganz knapp am. Oh. Komm schon. Oh Mann. Wieder dritter geworden, Breaksie. Dritter? Wie viel kriegst du pro Klick? Ähm. Warte. Ich krieg pro Klick bekomme ich. 554. Ich krieg 596. Oha. Ich kann wieder was abholen. 15.000 Schuhe dazu. 15.000? Woher denn? Und ein Spin. Diese Rewards rechts, du Blödmann. Die Geschenke. Aber ich muss noch so lange warten. Warum geht das bei dir so schnell? Legendär. Legendär. Pet bekommen. Wo? Wo? Wo bist du? Oh mein Gott. Komm zur Seite. Komm zur Seite. Ich hab beim... Ich kann deine Pets nicht angucken. Du meine auch nicht, oder? Doch. Ich seh deine zwei Pinguine und äh... Ich seh deine nicht. Aber guck mal jetzt, Breaksie. Oh mein Gott. Der gibt mir mal 300... Mal 395, Breaksie. Guck mal. Boah. Ich krieg jetzt pro Klick 9.000. Ich war super lucky, Breaksie. Was hast du das denn bekommen? Ich hab einfach das Drehrad gedreht. Ich dreh jetzt auch. Ich mach jetzt mit dem einen Rennen, Breaksie. Pass auf, ich werd bestimmt Erster werden. Und... Boots! Oh Mann, ich hab nur Blödsinn bekommen. Der Erste ist voll schwer, Breaksie. Der Erste Boss. Wirklich? Ich hab... Ich krieg jetzt ein Geschenk. Die nehm ich auch mit. Und jetzt geh ich zum Rennen. Ich bin bei der Polizei. Boah, ich hab so Füße bekommen, Breaksie. Wirklich? Ich bin Zweiter. Ja. Zweiter? Dann kriegst du bestimmt auch einen neuen Skin. Ich hab nämlich einen neuen Skin mit so Füßen. Ich bin jetzt die Spinnenskippe, die Toilette. Boah, ich hab sie auch bekommen. Boah, wie cool. Jetzt sehen wir gleich aus. Rudi, vergiss nicht, dir Trails zu kaufen. Dann bist du schneller. Du Blödmann, hast mir das nicht erzählt. Hab ich vergessen. Für mich die Fünftausender Trail, die Feuer- und Eis-Trail. 5K-Pet. Hast du dir eins geholt? Hm? Ich muss noch einen Rennen machen. Dann hol ich mir auch eins. Na, warte. Vielleicht schaff ich es jetzt auf den Ersten, Leute. Komm schon. Ach. Ja, ich hab den Ersten gemacht, Breaksie. Ich war mega schnell. Wirklich? Das ist mega, mega gut, Rudi. Mega, mega gut. Oh, schau mal, wie ich aussehe. Boah, wie ein Roboter. Ich bin jetzt ein Roboter. Ich will auch, ich will auch. Ich kaufe mir jetzt auch nochmal ein 5000er-Pet, Leute. Und, und, und. Boom. Ich hab einen Affen bekommen. Was hast du bekommen? Bin schon wieder nur Zweiter geworden. Was hast du bekommen, Breaksie? Wo denn? Ich hab nichts bekommen. Bei den 5000er-Pet, du Blödmann. Eine Giraffe. Du bist auch so eine Giraffe. Du Blödi. Okay, Breaksie. Um in die nächste Welt zu kommen, musst du Erste werden. Und wir müssen 15.000 Wins erreichen. 15.000? Oh, das könnte lange dauern, Rudi. Das könnte echt lange dauern. Ich kaufe mir noch einen Trail. Ich geh jetzt nochmal rennen. Denn ich muss jetzt besiegen. Ich will die 15.000 an, damit ich in die nächste Stadt komme, Breaksie. Boom. Die 2000. Wie viele Schuhe hast du schon? Äh, 3,8 Millionen. Oh, Leute. Odi hat 3,8 Millionen. Aber wenn ihr jetzt ein Like da lässt, dann krieg ich mehr als Odi. Oh, nein. Ihr müsst bei mir ein Like da lassen. Dann werd ich noch schneller. Das Ding ist, Breaksie. Ich hatte auch nur Glück mit dem Pad. Wirklich. Hä? Wirklich? Das ist doch ein OP-Pad. Schau mal beim Spin. Schau mal beim Spin. Beim Drehrad. Mhm. Siehst du diesen 0,1%igen Pad? Den hast du bekommen? Genau den hab ich bekommen. Oh, das ist ja richtig unfair. Das ist für dich unfair, für mich nicht. Ich hab sogar genug. Soll ich schon weiter oder warten? Du warte mal. Du kannst dir die Slender-Toilette holen, Breaksie. Wo denn? Die ist links oben, neben deinem Kron. Da ist doch so ein Slender-Ding. Für free. Oh, ich hab irgendwas bekommen. Super-Toilette. Super-Toilette? Legendary. Okay. Voll cool. Aber meiner ist besser. Ah, du Blödi. Soll ich auf dich warten? Wie viel musst du denn noch? Wie viel muss man denn haben? Guck mal, du musst 1,1 Millionen haben, um Erster zu werden. Hab ich gleich. Du musst noch ein bisschen warten. Okay, dann mach ich einfach in der Zeit nochmal einen Race. Und los geht's, Leute. Ich zieh wieder alle ab. Bist du Erster geworden? Ja, klar. Ich werd die ganze Zeit Erster. Die sind viel zu schwach für mich. Oh, das ist echt gut von dir, Odi. Ich mach jetzt auch ein Rennen. Wie seht's bei dir aus? Ich hab gleich eine Million. Sehr gut, Braxy. Dann kannst du vielleicht auch Erster werden. Boah, ich bin Erster. Ja. Da bist du. Ja, wir sehen uns. Wir sind beide Erster geworden. Und ne? Yippie. Okay, Braxy. Du musst jetzt 15.000 Kronen sparen. Deswegen mach ich noch ein Rennen. Pium. Eingeholt. Hast du dann genug? Äh, ich habe jetzt... 15.000 habe ich. Hast du Geschenk ready? In 45 Sekunden. Da kriegst du auch nochmal 10.000. Also ich kann... Ich geh schon mal weiter, okay? Okay, ich hab gleich eine Million. Du kannst schon mal weitergehen. Okay. Boah, Braxy, du musst unbedingt hierher kommen. Ja, das versuch ich gleich, du Blödi. Ich kann... Hier ist niemand. Ich glaub, wir sind dann die Besten vom Server. Doch, hier ist einer. Wirklich? Ja, aber nur einer. Deswegen, ich warte auf dich. Äh, aber auf welche Seite müssen wir denn hin? Teleport zum Castle? Warte, zum... Ja, hier, zum Castle. Okay, ich bin gleich da. Ich bin gleich da, Rudi. Kein Problem. Okay, Braxy, ich mach hier mal ein Rennen und guck, welcher Platz ich hier bin, okay? Okay, viel Glück. Danke, Braxy. Okay, Leute, wir müssen uns beeilen. Braxy? Was denn? Ich glaub, wir sind komplett schlecht in dieser Runde. Warte, ich komm, ich komm. Wo bist du? Ich bin grad Fünfter. Ich hab's auf Vierten geschafft grad mal. Boah, das ist ja voll schwer hier, Leute. Wir müssen richtig stark werden. So. Komm schon, Braxy. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Ja, ich bin beim Rennen. Das dauert noch ein bisschen, weil ich bin echt langsam. Du Blödi. Komm schon, komm schon. Ich bin Rudi und ich bin schnell. Hier hat einer Düsenantriebe. Ehrlich? Ich mach mal auch ein Rennen. Mal gucken, wie schnell ich bin. Ich will auch Düsenantriebe. Das dauert echt lange, Braxy, ne? Egal. Okay, Rudi. Ich bin wirklich sehr, sehr langsam. Alter. Ich bin Vierter, aber ich hab einen neuen Skin bekommen. Ich hol, glaub ich, den Vierten ein. Ne, den Fünften. Ich bin der Letzte, du Blödi. Ich hab ne Professor-Toilette bekommen, Braxy. Ne Professor-Toilette? Ich bin der Professor. Ich bin so langsam. Du musst doch immer deine Klicks upgraden. Das weißt du, ne? Mhm, hab ich schon alle. Aber trotzdem bin ich nur Fünfter-Hoddy. Ach, Mann, ey. Boah, da düst einer an mir vorbei, der Blödi. Ich muss noch ein Rennen machen, Braxy. Da kann ich mir das Christmas-Egg kaufen. Das kostet 250.000. Aber warum hab ich 33.000 Kronen bekommen? Weiß ich nicht. Vielleicht einfach so. Äh, hast du die auch bekommen? Nö. Ich muss grad klicken, Braxy. Vielleicht schaff ich's auf den Dritten. Ja, für den Fünften. Äh, nee, ich bin wieder Vierter. Ich glaub, das wird auch der Vierte erstmal bleiben. Wir brauchen unbedingt bessere Pets, Braxy. Ich werd mir gleich ein richtig krasses OP-Pet kaufen, Leute. Ich kauf mir eins für 35.000. Jetzt drück mir die Daumen. Ich drück dir die Daumen. Ich hoffe, das wird ein Legendary. Und? Ey, ne, bisschen Jellyfish. Boah, wie cool. Wie viel bringt der dir? 59. Boah, das ist richtig gut. Das ist mega gut, Udi. Das ist mega gut. Ich bin wieder Vierter geworden. Ich krieg 21.000 pro Klick. Ich kauf noch ein. 21.000? Ich kauf noch ein. Ich kauf noch ein. Ich kauf mir jetzt ein Christmas Egg. Einen super seltenen Oktopus. Ehrlich? Ach man, ich hab nen Arctic Pinguin bekommen. Und? Ich krieg 30.000 pro Klick. Der ist wenigstens besser als mein anderer. So. Wie viel bekommst du? 30.000 pro Klick. Boah, das ist ja richtig viel. Wieviel kriegst du? Das will ich nicht verraten. Du kriegst viel mehr als ich, oder? Du blödi. Ich bekomm 269.000. Ich bekomm 269.000. Ey, wir müssen Trails kaufen. Ich kauf mir jetzt das Crimson Trail. Warte mal, du hast recht. Wir können Trails kaufen. Boom. Okay, ich hab schon das beste Trail. Ehrlich? Ich hab nicht so viel. Ich muss hier trainieren. Wir müssen trainieren, um schneller zu werden, Briggs, hier. Ich hab schon 5 Millionen. Das ist nicht viel. Ich weiß. Ich hab 50 Millionen. Und du bist der Langsamste? Ich bin vierter, du Doofkopf. Du bist wirklich richtig langsam. Ist ja ekeler. Schau mal, hier steht immer, wie viel man braucht. Guck mal. Bis zum dritten Platz braucht man 150 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen soll, Briggs, hier. Vielleicht muss man das 2-Millionener-Pet kaufen, Briggs, hier. Oh, das ist aber... Da müssen wir aber ganz viel Siege machen. Wir können Auto... Ich kann... Ich hab Geschenk und Spin. 50.000 und Spin. Komm schon, bitte, bitte noch mal ein OP-Pet. Bitte noch mal ein OP-Pet. Bitte kein OP-Pet. Ach, Mann, du hast Auge gemacht. Und was hast du bekommen? Oh, Wins. Kriegt man doch auch so. Hey, warte mal. Event-Break-See. Da können wir auch was abholen. Hä? Was kriege ich? Ein Schleim. 19 Minuten müssen wir aber noch spielen. Wir kriegen einen Schleim. Der... Der gibt 45 Mal. Der ist doch übelst gut. Aber wir müssen doch noch 19 Minuten spielen, du Blödi. Nein, ich hab den schon bekommen. Du kannst links unten claimen einmal. Na, bei mir steht aber Null. Du bist auch ein Null-Hoop. Ich kann drehen. Was kriegst du? Was kriegst du? Oh, bitte, Super-Ray, bitte, Super-Ray, bitte, Super-Ray, bitte. Komm schon. 1,1 Millionen Schuhe. 1,1... Das ist aber gut. Ja, ich hab jetzt 13 Millionen, aber das ist immer noch nicht gut. Ich komm nicht mal auf den ersten Platz damit. Du hast recht. Geschenk! Ich bekomm bestimmt vielleicht den dritten Platz. Ich probier jetzt mal Auto-Race-Breaks hier. Mach ich jetzt auch. Ich klicke. Vierter, dritter, Breaksie, dritter! Sehr gut, Odi. Ich bin sechster. Sehr gut. Sehr gut, Odi. Ich krieg jetzt auch einen neuen Skin, glaube ich. Weil immer, wenn man einen besiegt, bekommt man einen neuen Skin, Breaksie. Ich bin Platz vier. Platz drei. Boah, ich hab einen neuen Skin, Leute. Schaut mal, ich bin so ein Tentakel-Monster-Skibbidi-Toilette. Bist du ein Tentakel? Das ist kein Tentakel. Ich hab Greifarme einfach nur. Aber ich spare jetzt zwei Millionen. Und dann, und dann, Breaksie, werde ich mir zwei Millionen ein Ei kaufen. Ich bin am Ziel. Herrlich? Ich bin dritter geworden. In der Zeit hab ich schon drei Race gemacht. Bin ich denn jetzt dritter geworden? Hä? Ist doch voll cool. Nein, ich möchte kein Race. Ich bin auch die ganze Zeit dritter. Oh, ich hab was Cooles bekommen. So Greifarme. Ich hab auch einen neuen Skin. Spider-Man. Spider-Man. 699.000 Siege? Was? Wieso hab ich so viele Trophäen? Ah, wir kriegen richtig viele, Breaksie. Stop, Autorace. So, ich hab jetzt zwei Millionen Trophäen. Ich kauf mir jetzt das zwei Millionen ein Ei, Breaksie. Und du kannst nichts dagegen tun. Boom. Gib mir bitte müthisch, bitte müthisch, bitte müthisch. Uncommon. Lumina. Boah, die leuchten richtig cool, Breaksie. Und die geben mal 100 Millionen. Mal 100 Millionen? Ja, 125 sogar. Das ist ja mega cool. Wir müssen die Sachen immer abfarmen. Welche Sachen? Die Pets müssen wir bekommen, Breaksie, damit wir besser werden. Ich hab jetzt 699.000 Kronen. Gleich hab ich bestimmt eine Million. Was kostet das teuerste? Zwei Millionen. Wer flucht und zugenäht. Soll ich mal versuchen, einen auf Kult zu machen? Ich probier den Pinguin. Hm, nicht bekommen. Ach, schade. Naja, egal, Freunde. Haha. Ähm, ich geh wieder rein ins Race. Du schaffst das, Odi. Du schaffst das. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir können Wiedergeburt machen, ne? Äh, können wir das? Hm, dann werden wir noch besser. Aber dann fangen wir von vorne an. Ich weiß, aber wir werden schneller. Meinst du? Keine Ahnung. Aber, Mann, wo hast du das gesehen? Ach, da. Wir werden Rebirth machen. Heißt Wiedergeburt. Aber was bringt uns das? Das ist die Frage. Hm, die Frage. 7% irgendwas. 7% mehr klicken, oder? Hm, weiß ich nicht. Naja, egal, Freunde. Auf jeden Fall hab ich gewonnen, Breaksie. Wie viele Schuhe hast du? Ich hab hier 17 Millionen. Aber ich möchte noch ein Millionen-Pad ausmachen. Warte. Ich hab 220 Millionen. Oh, nein. Wie musst du denn noch sparen? Warte. Hm, kann ich eins für eine Million kaufen? Ne, 2 Millionen. Dann kaufe ich zwei von denen. Nein, kauf nicht das. Kauf nicht das. Warum? Dann spar lieber, du Blödmann. Dann spar ich nochmal mit dir. Dann machen wir beide nochmal zum Schluss auf. Wir werden niemals so schnell sein wie die. Das dauert viel zu lang, du Blöding. Auto-Race. Ne, ich besiege die. Also, ich komm schnell an. Ich hab hier auch 200 Millionen. Ja, du Blödi, du. Ich muss immer 20 Sekunden gefühlt warten. Hä? Das ist ja voll schlecht. Das ist auch mega schlecht, du Blödi. Ich muss auch nur vier Rennen machen. Dann hab ich immer meine 2 Millionen. Hä? Und gib ihm Vollgas. Vollgas. Da hat mich einer eingeholt, der Blödi. Hä, wie das denn? Aber ich hab greif einmal. Zack, 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 zack. Ich auch. Okay, Rexy. Werden wir mehr als 2 Millionen kriegen, Mann. Odi, das dauert mir zu lang, du Dummkopf. Äh, ich hab 2 Millionen. Ja, du, du, du. Ich mach noch eins auf. Ich mach noch eins auf. Und 2 Millionen. Na, los geht's. Komm schon, komm schon. Ankommen, schon wieder. Aber die gibt uns 125 Millionen. Keine Ahnung, du möchtest. 1,3 Millionen. Ich mach einfach normale auf, du Blödi. Jetzt leuchten all meine Pads, Leute. Wie cool. Ich mach auf. Und. Ankommen. Ach, blöd, Mann. Warum kann man die eigentlich wegklicken, Odi? Wenn du zum Ei gehst, kannst du einige rausklicken. Hm. Du das? Dann verkauft der die direkt. Ach so. Blöd, Mann. Ich mach noch einen Weihnachtsbaum auf. Und. Ah. Der ist gut. Der ist gut. Warum machst du denn? Warum sparst du nicht, du Dummbarzt? Weil du einen Blödkopf bist, okay? Aber, Leute, ich würd sagen, die anderen Eier öffnen wir in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr mal zusammen mit mir und Odi spielen wollt. Und checkt meinen besten Freund Odi ab. Und bevor ihr geht, müsst ihr noch unbedingt diese zwei Videos hier gucken. Und jetzt würd ich sagen, drei, zwei, eins. Brax, 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 Braxie. 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 Bis zum nächsten Mal.